Hey liebe Nose-Rosie, hier ist Mia und zwar, ja, ich wollte mich entschuldigen für mein Video vom letzten Sonntag. Ähm, als ich das Video gedreht hab, hab ich nicht drüber nachgedacht, wie das vielleicht drüber kommen könnte. Oder das, ähm, ja, einfach, ich hab einfach nicht nachgedacht, also, ich hab das auch nicht böse gemeint. Ich wollte niemand damit in den Sack hauen oder jemanden verletzen. Ähm, es war einfach nur eher ein Spaß-Video, was, ja, von vielen falsch aufgenommen worden ist. Und, ja, also, es tut mir leid, ähm, ich hab mir die Kommentare zu Herzen genommen. Und werd das auch unterlassen und mir Gedanken machen, was ich in einem Video sag und wie ich das Video mach. Und, ähm, ja, also, ich hab auch ganz gewiss nix gegen dicke Leute, ich hab viele dicke Freunde und, also, nicht irgendwie, dass ich was gegen dicke hab oder so. Ähm, ich bin die letzte, glaub, die sagt, ähm, nee, ich hab was gegen eine Person, wo ich die nicht kenne. Und, ja, ähm, ähm, ich hab das Video auch selbst rausgenommen, weil ich dem Kanal nicht schaden wollte. Ähm, ähm, ja, ich hab auf jeden Fall draus gelernt und ich hoffe, dass ihr mir einfach irgendwie verzeihen könnt, eine zweite Chance geben könnt. Und, und, ja, es wird nicht mehr vorkommen. So. Tut mir leid. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Vergesst den Muttertag nicht. Ähm, und noch ein Dankeschön an Hannah für die schönen Tage in Freiburg. Ähm, ihr habt euch hier das Video gesehen, gestern, von der Hannah. Ähm, ja, ich fand's echt toll und, weiß nicht, also Freiburg ist echt schön. Ja. Gut, dann, habt einen schönen Sonntag, bis nächste Woche, die Mia. Ciao.